So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Natürlich, wie es gedacht, Männer zum Wort, bei Anna. Wunder, wunderschön, gibt es noch viel, viel mehr Kleinigkeiten, viel, viel mehr Sachen, die wir hinbauen können, ich hoffe, ich schreibe euch gleich nicht, nein, alles gut, sehr gut. Ähm, ich habe versucht, die Aufnahme zu stoppen, aber irgendwie wollte ich es ja doch nicht stoppen, dass wir euch weiterlaufen lassen. Wenn sie eben. So, Kanonen, ja, wir brauchen natürlich noch Kanonendesirei. Aber erstmal brauchen wir jetzt sowieso die Stahlfabrik. Ich höre von meinen Täubchen nicht immer, was ich über dich hören will. Oh. Weil ich Kanonen beholen? Ja, Kanonen brauchen wir nicht. Was ist doch los? Kanon, Tum, Schützstellung. Alles, das ist doch zu meiner Sicherheit, man weiß ja nie, warum man da. Scheiß. Ah, boah, man darf hier früher verfehlen. Ähm, machen wir erstmal die Gießerei hier hinten fertig. Und zwar braucht die Zähne. Ganz kurz vorspulen, dann müsste man es eigentlich schon haben. Nein, und. Zähne. Warum? Gehen wir uns die mal an. Verdunkelt. Verdunkelt sich natürlich jetzt alles. Das lag aus. Alter, hat er eine kleine Reichweite. Ja, macht jetzt da alles. Oh, fuck. 113 Meter. Das ist natürlich eine Ausnahme. Das wird natürlich jetzt, äh, schwer, dadurch, dass ich jetzt hier ein Haus gleich shoppen muss. Also mehr Häuser bauen. Ich will erstmal mehr Arbeiter haben, weil die Arbeiter sind mir im Moment relativ wichtig, dadurch, dass ich ja wieder ein neues Gebäude... Ah, jetzt kommt die Schule. Die Insel hier sieht nicht so beängstigend aus. Was meinst du? Ja. Hehe, meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen nicht zu fragen. Schule. Die kommt natürlich nach, wenn sie geschützt wird. Ich will das Material aus. Ja, da macht alle 15 Sekunden noch der hier was. Und alle 45 kommt hier was. Oder 33 hier. Oh. Habe ich nie gesagt, ich will Häuser bauen. Eins, zwei... Oh, nein. Ähm, sowieso. So. So, eine Reihe hiervon. Sie mit ihren Verrückten. Dann kann man nicht. So. So. Es muss nicht immer eine schöne Straße. Dann dürfte es gleich an ein wenig an Bauern fehlen. Boah, schon wieder falsch. So, 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 so. Spielstand gespeichert. So, so, jetzt könnte man sich mal die Keime auch vornehmen. Jetzt braucht der, der braucht noch. Okay. Okay. Arbeiterhafen. Arbeiterhafen. So, fünf. So, fünf. So, das müsste eigentlich schon reichen. Relativ. Und relativ ist eigentlich immer gut. Öfters gut. Ja, richtig. Öfters. Passt. 142 Arbeitskräfte. Auf einmal. Wunders. Also, weil es in Stahl fehlt. Hä, es fehlt in Stahl? Aber Stahl produzieren sie doch. Was fehlt denn das jetzt? Lager. Also, Eisen haben wir. Und Kohle haben wir. Die Pause ist vorbei. Ich habe was vergessen. Die Eisenfabrik. Warum fehlt das an Eisen? Weil die Eisenfabrik fehlt. Höhuch. Ich muss mich beschleunigen. Das haben wir auch die Eisenfabrik hier. Höhuch. Die Eisenfabrik. Halleluja. Ich bin nicht drauf. 330 Sekunden von Eiseneinstadt, perfekt. Sieht so noch unheimlich, also schön aus und dann kommt er dort anders. Jawohl, so sieht man in der Stadt aus. Was ist das eigentlich mit dem Bleibstab, wie verfügbar ist, aber wie, ok, gut. Nehmt ab, nehmt ab, nehmt alles ab, außer die Wurst, die nimmt zu, ok. Ich frage es aber, wann ich die nächste Klasse bekomme. Hm. Aufschied zum Handwerker. Muss ich bestimmt noch bekommen, gleich haben. Achso, was sind wir eigentlich noch gar nicht, wenn er es so nimmt? Was haben wir denn? Wir haben nichts. Ach, wir brauchen hier sogar noch die Kanonen dazu. Ich würde aber schon interessieren, was eigentlich so die nächste Stufe ist. Nicht weniger als uns zusteht. Also wir haben 18 hier, weil überall noch die Bildung, natürlich fehlt die Schule. Die braucht aber zwar den Stahl. Kann natürlich einen kleinen Moment dauern. Ja, dann können wir noch die Zeit nutzen, hier nochmal Häuser zu bauen. Das heißt auch immer, Geld für mich. Moment, Moment, Moment. Sieh, passt, reicht. So. Wir werden beobachtet. So, klar, Seife. Bier. Fuck. Okay. Wir bräuchten Hopfen. Wir bräuchten Hopfen. Für eine Fruchtbarkeit. Aber wir bräuchten noch eine Schweinefarm. Spielstand gespeichert. Wir bräuchten noch mal drüber schauen. Wir bräuchten noch mal. In Journalismus hält man den Leben einen Spiegel vor und sucht nach der Wahrheit. In Zeitungen schreibt man, was verlangt wird. Geldruckmaschine. Okay. Sind wir mit auf die Insel gekommen? Nee. Es ist immer noch meine Insel. Gut. Das hier gefällt mir zwar nicht so richtig. Aber alles gut. So, 21. So, jetzt wird hier nochmal was produziert. So soll es sein. Ich produziere natürlich jetzt nur hier die Stahlträger. Und die brauchen wir jetzt relativ dringend. Weil der Rest, eigentlich alles was ich brauche, besteht aus Stahlträgern. Das ist bloß die Frage, der brauchen helfe Minuten. Könnte man eigentlich noch ein Dings herstellen? Alles durchgereicht. So. Kann ich sagen. Ich bedanke mich richtig. Herzlich bei euch. Wenn ihr hier dazugeschaut habt. Ich werde mal gucken, wann ich die ganze Parts hochlade. Ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen. Und... Ich werde euch dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau.